Das ist Laura Schälchli. Laura lebt für gutes Essen und ihre Leidenschaft sind Geschichten der Leute, die genau das Essen jeden Tag machen. So kommt es, dass wir jetzt mit ihr in der ganzen Schweiz unterwegs sind, um die Spannendsten von diesen Persönlichkeiten zu treffen und etwas von ihnen zu lernen. In diesem Fall von Miss Marshall. Ein, wenn man so will, konzeptbasiert Guerilla-Edelglasse-Popup-Trio. Elif Oskarn und Markus Stöckle haben sich in der Küche von der Fertag in England kennengelernt. Eines der besten Restaurants weltweit. Miguel Edesma ist Sommelier, Teilhaber vom Zürcher Restaurant Maison Manesse und zurzeit freundschaftend. Zusammen haben sie 2015 Miss Marshall gegründet. Und heute wohnen sie zusammen. Wer war Miss Marshall? Agnes Bertha Marshall war eine bekannte Köchin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Insgesamt hat sie vier Kochbücher geschrieben, ein Magazin ausgebracht und war vor allem für ihre gekühlten Desserts bekannt. Zusammen mit ihrem Mann hat sie eine Kochschule geführt. Ausserdem hat sie eine Glacé-Maschine patentiert, die in nur fünf Minuten Sachen frühen konnte und hat Visionen gehabt, wie sie mit flüssigem Stickstoff die Glacé herstellen können. Das hat 200 Jahre später der Heston Blumenthal, Chefkoch der Fertag inspiriert, um mit flüssigem Stickstoff zu kochen. Das erste essbare Cornet geht übrigens auch aufs Konto von Miss Marshall. Vorher musste man beim Glacé-Stand stehen bleiben, bis man das Glacé aus einem Gefäss geschleckt hat und es dann zurückgegeben konnte, damit es in einem Wasserkrüppel ausgewaschen wurde. Merci, Agnes. Was ich wirklich möchte wissen Was hat es im Glacé drin? Natürlich hast du die Milchbasis-Sachen, das klassische Italienisch sind die Gelatis, oder? Sobald etwas mit einem höheren Fettanteil kommt, sobald so ein Rahm, Sauerrahm, Sauerhalbrahm, alles dazukommt zu der Milch, und ein ist das Glacé. Was wir morgen für unsere Freunde machen wollen, hängt ganz davon ab, wie das Menü sein wird. Und wenn sie ein neues Glacé ausprobieren, dann machen sie das auf ihre Art. Nämlich als eine ganzheitliche kulinarische Erfahrung. Fünf-Gang-Menü mit Glacé zum Dessert. Es ist nicht so, dass wenn wir zusammen sitzen am Abend ein Rezept aufschreiben, und das ist es dann. Das ist immer der Prozess. Und das Einzige, was uns in den Sinn kommt, ist vielleicht, dass wir am Wochenende mit der Kröte Hexe in den Wald gehen, oder sowas machen. Au! Wir müssen hier im Querfeld eingehen. Und wenn wir einen Ameisenhaufen sind, einen riesengroßen, an einem Baum, dann müssen wir unbedingt anhalten. Was heisst, das hat Harz? Darf er das überhaupt? Ich weiss nicht. Easy ist Moosgeschäft. Für was nimmst du das Moos, Miguel? Er tut's putzen und frittieren? Nein. Dann isst er es als Snacks. Was süss, sauer, salzig, bitter, umami ist, muss einen eleganten Einklang sein. Das ist immer ein Balance-Spiel. Vor allem in der Dessertwelt. Wo gibt's Harz? Du musst dich etwas beruhigen. Wenn du dich so fest suchst, findest du es nicht. Es ist wie der Liebe. I found it. Miggi, was machen wir, wenn wir keinen Harz mehr finden heute? Braucht es? Brauchst du den noch? Ja. Immer einen Schritt weiter gehen. Wir müssen sich immer eine neue Challenge setzen, neue Sachen ausprobieren. Wir müssen es probieren. Einfach einlegen. So was? So was für Infusion. Cold Infusion. Yes. Wir haben in diesem Fall zwei kalte Zutaten zusammen. Eine flüssige und eine trockene. Oder eine frische. Und dann die Flüssigkeit aromatisieren. Wenn ich Eiste zuhause mache, ob es mit frischen Zutaten ist oder mit trockneten, dann mache ich einen kalten Aufguss und lande dann stehen. Natürlich kann man das so Freestyle machen. Du müsstest es nicht abwägen. Aber ich denke mal, wenn du es aufschreibst und du einmal etwas hast, was so gut war, dann musst du dich beim nächsten Mal nicht fragen, wie habe ich das gemacht? Wenn du den Prozess verstehst, kannst du eigentlich kreativ werden. Also unter dem Strich nimmt man eine trockene Zutate wie Tee und eine flüssige wie z.B. Wasser. Anschliessend bestimmt man die Menge von beiden Zutaten ganz genau. Man definiert die Dauer der Infusion und die Wassertemperatur. Dann hat man z.B. Eiste. Danke, Elif. Sehr gerne. Da kann man sich richtig austoben. Apropos austoben. Jetzt sehen wir, wer da dringt. Elif! Trinkst du das Tüchlein? Bibi! Jetzt muss man das mal etwas energischer sagen. Elif! Ja, komm! Ja, komm! Geh mal trinken ohne Milch. Ja, heute Abend. Also wir haben eigentlich erst mal von einem ... dann ging es mal wieder um eine Dessertkomponente, was wir noch ausprobieren wollten. Jetzt kochen wir natürlich auch noch etwas und dann am Schluss lassen wir, dass das dann auch stimmt von der Dramaturgie. Die Leute kombinieren es in drei Stunden. Eines 5-Gang-Menü für die zehn Personen von Miss Marshall beginnt mit einem Hauch von Bergamotte an. In einem Helium Ballon. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Stopp! Stopp! Zwiebelfluiggel, ein Rad mit Hitschiki. Da ein bisschen Mühe hast, das erklär ich nicht. Das war jetzt so eine stille Edition. Können Sie das selber ausbinden. Haben heute alles auf dem Markt verschwunden. Bei einer Art Schocke die Außenblätter zuzeln und dann innen die inneren Blätter ein bisschen lassen und einfach reinbeißen. Trüffelspätzle. Trüffel und Lamm mit Kaviar. Lamm und Kaviar, weil wir es nicht würzen mit Salz. Kaviar macht einfach Sinn, weil es einfach besser schmeckt. Und hier haben wir noch einen Hufdeckel. Weniger elegant, aber trotzdem easy. Schlussendlich der grosse Moment. Eisenkraut, 24 Stunden in kalter Milch eingelegt und dann mit Stickstoff eingefroren. Ich glaube, das spielt für uns alle. Der Weg ist das Ziel. Wir können jetzt nicht sagen, was in x Jahren passiert. Und vor allem gehen wir immer wieder zurück zum Ursprung. Wer war Mrs. Marshall? Deswegen auch nennen wir uns Miss Marshall. Weil wir noch in einer absoluten Pubertätphase stecken. Wir probieren aus. Was funktioniert da? Was funktioniert da? Welche Richtung wollen wir nachgehen? Schön gesagt. Hat er schön gesagt. Hat er schön gesagt. Ist das ein, was wir? Wie geht das? Das ist das? Wie geht das? Wie geht das? Vielen Dank.